Mike-Check! 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 Mike-Check Vienna Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihr Bundesland und Ihre Frage und sagen Sie uns auch, wen konkret wir mit Ihrer Frage konfrontieren sollen. Mein Name ist Millie Paditsch, ich wohne in Wien und meine Frage geht an den Herrn Faymann. Und zwar würde mich sehr interessieren, warum die SPÖ sich nicht für die 20-Stunden-Woche einsetzt oder für ein bedingungsloses Grundeinkommen und warum man nicht mehr politisch darum kämpft, die Vorteile der Automatisierung an das Volk weiterzugeben. Ja, das sind meine Fragen. Danke! Danke!